Also kommen wir auch und kriegen den Willen. Ja, ich weiß, aber ist doch blöd. Warte mal, wie witzig ich denn zu? Wollen wir? Er hat den? Das Räubchen hält was ab, oder? Ich habe ein Schild abgekriegt. Das Räubchen hält was ab. Okay, der Kopf ist noch drauf. Ups, ich bin ein bisschen geblieben. Wenn du schon merkst, dass sich einer ploppt nach unten. Ich bin weg. Immer auf Distanzhalten. Wenn er nach unten kommt. Halt mal so schräg nach oben. Genau so. Gut. Wenn du merkst, dass sich einer ploppt, musst du immer auf Distanzhalten halten. Rennen. Nervt ist langsam. Am besten. Wenn du ankommst und du blockst, sei das schon eigentlich zu spät. Weil dann bist du schon da und hast nichts. Da ist rum. Weil wenn du nicht da unten im Stab lang rennst. Deswegen. Kann ich gar nichts mehr machen. Du blockst nur noch und... Lauf mal. Lauf mal kurz. Lauf mal kurz. Wird's ja nur zeigen. Ich hab keinen Helm aus. Ja ja. Ich schlag nur um die Schulter. Mit sowas. Ja. Immer auf dem Bankshalben. Beschäftigen. Der muss ständig in der Begemonie sein. Irgendwann wieder müde. Oder beknackst ihn. Ja... Scheiße. He he he. Leck mich. He he. He he. He he he. Jetzt wär's da eine Frau. He he he. Ja, lieber Eunuch als tot, tot.